Hallo, ich bin Tim Gröttemeyer, Städteregionsrat der Städteregion Aachen. KUBIS-Netzwerk, das ist die Abkürzung für kulturelle Bildung in der Städteregion Aachen. Und das möchte ich Ihnen hier einmal ganz kurz vorstellen. Wir arbeiten hier daran, dass wirklich alle Kinder und Jugendlichen Kunst und Kultur nicht nur erleben, sondern vor allem auch selber machen können. Tanz, Theater, Fotografie, Malen, es gibt so viel zu entdecken. Und dabei legen wir ganz großen Wert darauf, dass die Kids nicht nur etwas vorgesetzt bekommen, sondern selber entwickeln, gestalten und wirklich in jeder Hinsicht mitmachen. Wir, das sind ganz viele. Daran, dass das funktioniert, arbeiten buchstäblich hunderte Menschen in der ganzen Region. Die Kinder und Jugendlichen selbst, Lehrerinnen und Erzieher, Schauspieler, Maskenbildnerinnen, Tänzer, Lesepaten, Museumsexpertinnen, unsere Politik, Dezernenten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und natürlich ich selber auch. Wir alle sind mit Herzblut dabei und können durch unser Bildungsbüro und unser riesiges Netzwerk auf stabile Strukturen und Kompetenzunterstützung zählen. Ob große Festivals, Musikprojekte im Schulalltag, Puppentheater in der Kita oder Hip-Hop in der offenen Türe. So können Kinder und Jugendliche in der Städteregion Kunst und Kultur in allen ihren Facetten erleben. Und wenn ich das ab und zu selber miterleben darf, dann sehe ich immer, was das für ein absoluter Wow-Moment für die Kids ist. Man kann förmlich die Begeisterungsfunken sprühen sehen. Jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere Funke auch zu Ihnen überspringt, denn wir alle hoffen auch auf Ihre Begeisterung und Unterstützung für dieses wichtige Thema und freuen uns auf viele weitere Jahre kulturelle Bildung in der Städteregion Aachen.